Willkommen zurück zu Emergency 20. Jetzt kommt ein Einsatz, der unglaublich spannend ist, unglaublich viel abverlangt und bei dem ich auch schon diverse Male gescheitert bin. Mitten in der Stadt ist ein Meteorit eingeschlagen und hat gewaltige Zerstörung angerichtet und großflächige Brände ausgelöst. Sehr viele Personen wurden lebensgefährlich verletzt. Viele müssen aus brennenden Gebäuden geborgen werden. Okay, das ist also unsere Mission und man weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wo man anfangen soll. Wir fangen jetzt einfach mal hier an. Ganz kurz, wir müssen neben den üblichen Aufgaben, Brände löschen und so weiter auch mit dem Drehleiterfahrzeug Leute aus den Gebäuden bergen. Wir müssen Personen mit der Rettungsschere befreien und müssen Personen aus Gebäuden befreien. Das heißt, wir brauchen so ziemlich alles, was hier irgendwie aufgetischt werden kann. Ein komplettes Aufgebot. So. Und dann sollen die sich hier schon mal darum kümmern, dass die hier rausgelöst werden. Da hat sich keine Rettungsschere mitgenommen. So, und die können sich hier schon mal drum kümmern. Und natürlich brauchen wir... Die kümmern sich hier mal... Die nehmen sich mal Schläuche in die Hand und dann... Zack. So. Und dann nehmen wir hier Tanklöschfahrzeuge und platzieren die quasi überall, wo es brennt. Damit sich das nicht noch weiter ausbreiten kann. Oder nicht so schnell ausbreitet. Vermutlich breitet sich das jetzt schon aus, aber... Wir müssen das so ein bisschen im Zaum halten hier. So. Dann holen wir hier mal eine Drehleiter. Hier muss nämlich auch jemand rausgerettet werden. Und wir holen hier mal einen Rettungstransportwagen. So. Und jetzt werden wir... Ah ja, hier können wir noch einen Rüstwagen hinstellen. Ist vielleicht gar nicht so übel. Dann kann der sich um die kleineren Brände hier kümmern. So. Der kann schon mal rüber. Dann haben wir nämlich gleich beide... Okay. So. Und der kann sich schon mal einen Schlauch nehmen und dann hier mitlöschen. Okay, okay. Hier müsste auch schnell gelöscht werden. Ah, hier wird schon gelöscht. Okay. Haben wir hier schon... Nee, wir haben hier noch nicht den Rüstwagen. Okay, egal. Dann schauen wir jetzt erstmal... Hier wird jetzt die erste Person runtergebracht. Das ist gut. Und der kann sich schon mal hier drum kümmern. Und dann ist das auch schon mal gelöst. Dann macht der weiter. An der Stelle. Und wir gucken mal, haben wir noch eine Drehleiter? Ja. Dann nimmt die hier schon mal die Menschen mit. Hier wird auch fleißig gelöscht. Und... Dann brauchen wir hier einen Rüstwagen. Damit die in die Gebäude reingehen können. Okay. So, und dann können wir hier schon mal mit einem Rettungstransportwagen wieder abtransportieren. Brennt es hier natürlich überall. Aber die sind auch schon wirklich fleißig dabei. Das ist gut. Wir sind schon... Hier sind auch schon alle raus. Hier. Die können sich um die kleinen Flächen brennen. Das ist nämlich wichtig, weil durch so einen Bums hier breitet sich das alles aus. Wir machen das mal von hier. Ah, nee. Wir machen erstmal hier. Sollen wir beginnen. Bevor da was Schlimmeres passiert. So, dann soll der sich schon mal um das nächste Dings hier kümmern. Und... Oh Gott. Ey, das ist natürlich viel Geklicke jetzt im Let's Play, ne? Aber es ist für mich unglaublich spannend, weil ich will das natürlich schaffen. Aber es ist eigentlich... Ja, fast nicht möglich, das zu schaffen. So, dann kümmert der sich um die kleinen... Kleineren Brände. Wo ist noch jemand, der... ...gerettet werden muss? Hier. Hier. Okay. Die sind schon hier drin. Das ist super. Und der kann sich um die nächsten kümmern. Und der ebenfalls. Der kann dann schon hier vorrücken. Und der kümmert sich um den Brand hier. Ja, und dann versuchen wir das mal so langsam hier unter Kontrolle zu bekommen. Alles. Die löschen wir hier. Im Hinterhof. Ähm... Ist hier noch nicht... Okay. Alles klar. Was gibt's? So, wie sieht's hier aus? Die löschen hier auch fleißig. Das ist gut. Bin bereit. Okay. Die machen hier nicht so viel gerade Produktives. Okay. Hier, der wird auch versorgt. Dann brauchen wir hier noch einen Rettungswagen für den Herrn. Erwarte Befehle. Okay, dann gucken wir mal, wie wir das Feuer hier irgendwie eingrenzen können. Was gibt's? Der soll mal... Wo kann der jetzt noch mit löschen? Hier in der Region. Wird gemacht. Okay. Gut, aber im Prinzip sind wir schon ganz gut aufgestellt. Dann könnt ihr jetzt hier ins nächste Gebäude gehen. Haben wir hier auch schon... Ja, hier ist noch ein Notarzt. Bin bereit. In Ordnung. Bin bereit. So, dann könnt ihr sich darum kümmern. Und hier um die kleineren Brände kümmert sich jetzt auch jemand. Wie viel haben wir? Boah, 37 von 112 erst. Aber ich meine, wenn wir hier die kleineren unter Kontrolle gebracht haben, dann läuft's auch, ne? Also, das ist halt wichtig. Und hier... Genau, hier sind auch Feuerwehrleute, die sich darum kümmern. Das ist gut. Ähm, so, die sind hier fertig. Dann können die weiter zum nächsten Haus. Wichtig ist, dass wir hier in der Region, wo die vielen Verletzten sind, schnell handeln. Denn... Ihr könnt euch vorstellen... Wir haben schon alle mit der Drehleite. Wir haben aber noch nicht alle aus dem Gebäude. Okay, die sind aber gerade dabei. Denn ihr könnt euch vorstellen, wir müssen hier mit dem Notarzt agieren und wir wollen den nicht verlieren. Okay. Was gibt's? Bin dabei. Bin bereit. Kein Problem. Der kann sich schon mal darum kümmern. Ja. Was gibt's? Und der Tanklösch... Das Tanklöschfahrzeug kann sich hier drum kümmern. Bin dabei. Oh Gott. Ganz schön schlimm hier. Sich das alles anzuschauen, wie schlimm das hier aussieht. Höre. So, dann kann der sich hier drum kümmern. Und der nimmt das nächste Gebäude. Und der nimmt... Hier... Ah, hier ist auch schon gut gelöscht. Wie viel haben wir? 56 von 116. Okay. Okay. Hier sind keiner mehr drin. Hier ist keiner mehr drin. Ist auch keiner mehr drin. Hier ist auch keiner mehr drin. Hier sind noch Leute drin. Die sollen hier sich auch um die kleineren Brände kümmern. Beziehungsweise erstmal um die hier. Damit das nicht übergreift. So, was ist denn hier? Ja. Ist... Korrekt, korrekt, korrekt. Wo sind denn jetzt noch verletzte Personen? Ah, hier ist noch eine verletzte Person, die noch nicht behandelt wird. Der kann schon mal den hier mitnehmen. Okay. So, wo haben wir jetzt... Einmal kurz schauen. Wo haben wir jetzt noch Personen, die verletzt sind? Hier, der wird behandelt. Oder wurde behandelt. Hier ist noch eine Person. Okay. Hier sind auch alle... Ah, hier sind noch Personen. Geht der mal hier rüber. Und der... Das war es hier schon. Okay. Gut. Ich hoffe, dass jetzt hier alle behandelt werden, die verletzt sind. Okay. Was ist hier mit dem? Die können hier mit löschen, genau. Das ist gut. Dann brauchen wir hier noch einen Rettungswagen. Sofort. Und... Was gibt's? Ja? Jawohl. Ne, die sollen... Der soll sich hier drum kümmern. Haben wir nicht in den... Der hat schon seinen Job gemacht hier. Brände löschen. Hier ist noch was. Der kann sich auch drum kümmern. 89 von 122. Das heißt, wir sind echt... Wir kommen voran hier. Okay. Okay. Okay, do, okay. Also, die sind auch fleißig dabei. Das ist ja schon mal gut. Und... Hier die Feuerwehrleute. Die sollen mal alle... Hier ist auch alles gelöscht? Ne, hier ist noch nicht alles gelöscht. Erwarte Befehle. Wer soll mal hier hin? Okay. Okay, wir haben alle mit dem Notarzt behandelt. Das ist gut. Was gibt's? Alles klar. Müssen wir mal gucken, ob wir bei der Drehleiter noch, Leute... Bin bereit. Wird gemacht. Okay. 98 von 124. Hier sind auch komplett alle Brände gelöscht. Okay, das ist super. Hier müssen wir noch löschen. Aber das ist machbar. Da soll mit gelöscht werden. Mitlöschen. Mitlöschen. Und hier ist auch noch einer. Der sollte auch bitte mitlöschen. Der hier auch. Alle hier zu dem... Verstanden. 102 von 124. So, wir brauchen mal hier irgendwie so einen Intensivtransportwagen. Alles klar. Dass wir die alle... Höre. Sofort. Abtransportieren können. Bin bereit. Und wenn hier irgendwo Feuerwehrleute rumstehen sollten, dann können wir die schon mal wieder einquartieren und aufräumen. Oh. 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 Oh ne. Was ist jetzt hier? Ich war hier froh und mutig, dass wir alles geschafft haben. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh ne. Was? Der zweite Krater hier. Okay. Also. Dann müssen wir jetzt hier einen Intensivtransportwagen nehmen, weil wir haben nicht mehr so viel. Ähm. Wir brauchen... Brauchen wir das Bergefahrzeug nochmal irgendwie? Jawohl. Ja. Offenbar. Gut. Dann versuchen wir mal ein paar Feuerwehrfahrzeuge mitzunehmen. Das soll ich hier mal löschen. Und hier müsste auch noch irgendwie jemand löschen. So. Ähm. Na ja. Dann soll einer hier mal schnell so löschen. Und einer soll mal mitkommen. Und dann hier anfangen die Brände zu löschen, bevor sich das zu sehr ausbreitet. Ähm. Was geht's? Können wir noch irgendwie Leute hierfür gewinnen? Bin bereit. Zu befehlen. Ne. Der soll lieber hier rein. Bin bereit. In Ordnung. Haben wir noch irgendjemand weiteres? Ja. Hier den. Und der kann hier weiter löschen. Sofort. Okay. Und ach. Wir brauchen noch eine Drehleiter. Bauen wir denn hier noch eine Drehleiter, die gerade nichts zu tun hat. Drehleiter. Wo ist hier eine Drehleiter? Mensch. Ja. Den können wir mitnehmen. Aber Leute, hier muss doch irgendwo eine Drehleiter sein. Ist hier irgendwo noch eine? Wieso macht der hier nichts? Höre. Okay. Bin bereit. Bin bereit. Bin bereit. Okay. Ja. In Ordnung. So. Die sollen mal alle hier hin. Dass die nicht da im Brand stecken. Sind die denn jetzt immer noch? Ah. Okay. So geht's. Ähm. Der kann hier rüber kommen und mitlöschen. Bin bereit. Was ist hier? Der hat hier gelöscht. Gucken wir mal, wo hier noch Brände sind. Hier ist noch einer. Ah. Der wird schon gelöscht. Ah. Hier die Drehleiter. Was gibt's? Dann sollen die mal aussteigen. Sollen irgendwie hier mitlöschen. Und das Fahrzeug holen wir, um die Person hier raus zu holen. So, was ist das hier für ein Fall? Ah. Hier ist auch noch eine Drehleiter. In Ordnung. So. Wo ist hier der Feuerwehrmensch? Wird gemacht. Wird gemacht. Okay. Und wir brauchen irgendwo ein Feuerwehrfahrzeug. Was auch noch Insassen hat. Ah. Das ist auch nicht schlecht. Dann können die hier schon mal mitmachen. Hier müssen noch Feuerwehrleute sein. Könnt ihr mal hier einsteigen. So. Wo haben wir denn hier noch einen Rüstwagen? Wann? Hier irgendwo einer? Der soll hier löschen. Und der soll mitkommen. Alter. Boah. Ich krieg die Krise hier. Absolute Krise. Bin bereit. Okay. Der nimmt die schon mal mit. Erwartete Befehle. Was geht? Soll das mal ausgebaut werden hier? Und dann bräuchten wir hier mal irgendwie ein TLF. Bin bereit. Alles klar. So. Und die kommen wir alle da hin. Aber wir brauchen noch einen RTW. In Ordnung. In Ordnung. Wir haben keine Notärzte. Und wir haben irgendwie hier auch nicht genügend TLFs. So. Wo ist denn hier der? Hier. Der soll da mal weg. Alles klar. Erwartete Befehle. Unser Sanitäterteam befindet sich in Gefahr. Wird gemacht. Die sind ja da gerade weggeholt worden. Erwartete Befehle. So. Die soll mal hier hin. Höre. Wo ist denn hier noch? Ach. Ist jetzt egal. Ähm. Der soll sich hier mal schnell noch drum kümmern. Das soll mal einfach mitkommen. Okay. Wir haben jetzt alle verschütteten Personen. Wir haben alle mit Rettungsschere. Wir haben aber noch nicht alle aus Gebäuden befreit. Das ist ganz korrekt. Da müssen wir mal kurz gucken, wo die eigentlich sind. Hier. Okay. Hier ist auch ein TLF. Gut. Ja. Perfekt. Ähm. Dann brauchen wir jetzt nur noch Notärzte, die sich hier um die Verletzten kümmern. Okay. Aber wir haben offenbar gar keinen. Dann sollen die mal wieder einsteigen. Müssen wir mal gucken, wo wir jetzt Notärzte herbekommen. Hier sind welche. Was gibt's? Wie sollen wir alle hier rüberkommen? Alles klar. Ja. Ah. Hier ist noch. Ist in Arbeit. Höre. Wird erledigt. Machen wir es so. Dann holen wir den rüber. Erwarte Befehle. Und dann funktioniert das hoffentlich auch so. Jawohl. So. Dann kommen Notärzte mit. Hier ist ja auch noch ein Notarzt. Hier ist noch ein Verletzter. Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Okay. Gut. Dann gucken wir mal. Haben wir hier noch irgendwo ein TLF? Das ist in Benutzung. Sind da noch Personen drin? Ja. Okay. Dann sollen die mit der Hand mitlöschen. Wird erledigt. In Ordnung. Ja. Was geht's? Okay. Die können sich schon mal da hinstellen. Äh. Genau. Hier brauchen wir noch einen Notarzt. Aber die kommen jetzt gleich. So. Okay. Dann guckert der sich da rum. Und der hier rum. Können wir das auch schon mal hier ausbauen. Zu befehlen. Schon ganz schön gefährlich hier der Einsatz. So. Bin bereit. Der kann mal zurück ins Headquarter fahren. Ja klar hier Auto. Es brennt zwar alles, aber du fährst noch. Klar. Also sicher. Wieso nicht, ne? So. So. Wenn die jetzt hier ihren Job gemacht haben. Wo ist denn? Oder wo war das nochmal? Boah. Du liebe Scheiße. Ja. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wo wir noch Feuerwehrleute herbekommen. Hier müsste auch noch jemand rein. Jawohl. Ähm. Nimm, 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 nimm. Müsste noch irgendwo jemand sein. Wo denn? Mal gucken. Später nochmal. Der soll mal hier mit löschen. Und die sollen dann auch sich mal einen Schlauch holen und hier mit löschen. Die müssen jetzt mal einfach durch die halbe Stadt rennen, aber das ist dann eben jetzt einfach mal so. Die sollen hier löschen. So. Okay. Dann sind die ersten hier. Versorgt. Dann geht's weiter. Okay, so langsam scheint das hier alles in die richtige, richtige Bahn zu gehen. Oh Gott. Also ich hab wirklich schon einige Mal jetzt dran gebastelt und es dauert ein bisschen, bis man hier die nötige Ruhe hat für diesen Einsatz. Aber hier so weit war ich noch nie. Also deswegen war ich auch so erschrocken. Die sollen wir da weg? Ich glaub, das ist nicht so gut, wenn die da verbrennen. Hier, ne? Mhm. Was geht's? Beobachten das mal. Komm, löscht schnell. Okay, der muss da weg. Weg, 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 weg. Ah, okay. War klar. Ach, Leute. Das ist jetzt gerade mal nicht so wichtig. Der muss hier mitkommen und muss behandeln. Ah, hier sind noch weitere TLFs, das ist gut. Erwartete Befehle. Hier sind sogar noch Leute drin. Ah, das ist sogar noch besser. Sofort. Was uns fehlt ist, sind Notärzte. Ja. Bin bereit. Bin bereit. Bin dabei. Bin bereit. In Ordnung. Höre. So. Sobald der da drin ist, kann der auch noch einsteigen. Ja. So, die sind da drin, dann holen wir die auch mal hier rüber. Bin dabei. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Okay. Der ist auch. Das ist auch gelöscht. Dann machen wir mal hier weiter. Zu Befehl. Boah. Apokalypse hier. Wirklich Apokalypse. Okay. Dann sollen die mal mit der Hand mitlöschen. Das ist irgendwie so mit am effektivsten, gerade wenn es so um die kleineren Brände geht. Da ist keiner mehr drin. Wäre ganz gut, wenn der hier wegfahren würde. Die kleineren Brände. Okay. Der ist sogar schon fertig. Das ist super. Dann muss der sich mal das nächste Opfer suchen. Hier ist alles blockiert. Dann muss der hier mal mitmachen. Okay. So. Keiner drin. Keiner drin. Alle schön hier ins Rettungszentrum kommen. So. Der kümmert sich um den nächsten. Das wäre dann... Hier wird noch gelöscht. Aber hier gibt es ja vielleicht noch Menschen, die... Hier ist noch einer. Den könnten wir uns schon mal krallen. Okay. Ja, das ist... Im Moment noch so ein bisschen blöd. Tatsächlich. Ähm... Wo kriegen wir jetzt noch Feuerwehrleute her? Ich habe noch nicht so ganz die Orientierung hier. Die nötige. Ähm... Hier ist noch. Aber die sind schon ausgestiegen. Aber hier sind noch zwei drin. Alles klar. Zu Befehl. Höre. Höre. Kühlt das hier. Höre. Und die nehmen das her. Höre. Okay. Oh, die ist schon tot. Mist. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Kein Problem. So. Der nimmt dann den nächsten. Alles klar. Ah. Hier ist jetzt alles frei. Das heißt, die können schon zum nächsten rüber gehen. Und das können auch weiter gelöscht werden hier. Und hier können entsprechend... Die Notärzte kommen. Wie viel haben wir jetzt? 180 von 231. Ey, wir sind echt... Wir sind auf dem richtigen Weg. Und mit Notarzt müssen wir noch fünf behandeln. Okay. Dann soll der mal... Hier hingehen. Ah ne, der soll mal hier die kleineren Autobrennen mitnehmen. Und der nimmt einfach dann schon den nächsten. Ah, ist auch schon tot. Mist. Wir haben zu viele Zivilisten hier. Also Gold oder so wird es sicherlich nicht. Aber ich wäre schon froh, wenn wir hier irgendwie diesen Einsatz schaffen würden. Mit Bronze dann eben. So. Wo sind hier ist noch jemand? Bin bereit. Die müssen wir jetzt alle... Hierhin kommen. Zu solchen kleineren Bränden. Okay. Bin bereit. So. Hier könnte schon jemand abtransportiert werden. Dann machen wir das mal. Und hier... Ah, die Notärzte können ja dann schon weitergehen. Wo gibt es noch Verletzte? Die sind alle versorgt. Drei noch. Drei müssen noch versorgt werden. Der ist... Hier. Das könnte auch er machen. So. Das ist hier alles gelöscht. Dann können die auch schon weitermachen. Okay. Ist in Arbeit. Okay. Hier ist noch einer. Stopp. Obwohl... Wir haben hier glaube ich noch einen. Bin bereit. Bis der da ist, ist hoffentlich auch gelöscht. Aber vielleicht kriegen wir ja noch irgendjemanden hier hin. Hier ist noch jemand. Kann auch hier schön mitlöschen. Hier diese Brände soll er mitnehmen. Kein Problem. Bin bereit. Alles klar. Okay. So, die zwei. So. Die können dann auch hier mitmachen. Ah ne. Die sollen hier mitmachen. Ah ne. Das ist schon gut. Die sollen hier so mitmachen. Gut. Dann... Können die schon mal den nächsten einsammeln. Und... Einen müssen wir noch. Wo ist denn jetzt der letzte? Ich glaube das ist der hier. Gerade der schon behandelt wird. Dann gucken wir mal, dass die Brände jetzt langsam gelöscht werden. Dann mal... Haben wir denn hier noch Brände eigentlich? Hier ist noch einer. Der könnte auf jeden Fall mal in seinen Rüstwagen zurück. Oder was hier noch so steht. Hier. Kein Problem. Wenn der so hier ein... Ach hier ist sogar... Da sind sogar noch Leute drin. Das ist ja super. Dann soll der hier hinten kommen. Und dann... Das ist jetzt eine längere Folge. Aber das machen wir jetzt noch fertig hier. Ist ja klar. 199 von 200... Oh 52. Okay. Es wird nicht besser. Hier sind noch Leute, die... Wo... Wo... Wo Feuerwehrleute einsteigen könnten. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Okay. Hier müssen auch irgendwo noch Feuerwehrleute sein. Bin bereit. Der soll dann auch... Der soll dann mal hier einsteigen irgendwie. In Ordnung. Okay. Und dann kann der... Die Drehleiter kann schon mal weitermachen. Wir haben alle mit Notarzt behandelt. Okay. Das ist so das Wichtigste. Das was jetzt kommt ist im Prinzip... Dagegen... Nur noch Urlaub. So. Bevor sich da noch irgendjemand verletzt... Sollen die auch mal alle... Höre. Zu Befehl. So. Jetzt müssen wir aufräumen hier. Alle Behandelten, alle Verletzten... Einladen. Was gibt's? Was gibt's? Erwarte Befehle. Wir können mal einsteigen hier. Bin bereit. Er kann hier irgendwie mitlöschen. Die können auch mitlöschen. So. Zu Befehl. Ich glaube davon träume ich heute Abend. Okay. Gut. Boah. Stressig. Stressig, Junge. Stressig. Stressig. Wir sind schneller als die neuen Feuer, glaube ich. Aktuell. Bin bereit. Der Ländische Transportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Wird erledigt. Höre. Gucken wir mal, dass wir hier weitermachen. Kein Problem. Das läuft, das läuft, das läuft, das läuft. Was gibt's? Die können wir hier einsteigen und den dann schon mal wegbringen. Bin dabei. Okay, hier bräuchten wir noch irgendwie Unterstützung. Erwarte Befehle. Okay. Höre. Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Okay. 211 von 265. Wir sind nicht so schnell, wie das sein sollten, aber wir kriegen das hin. Bin bereit. Was gibt's? Wird erledigt. Ganz entgeisterte Zuschauer. Höre. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Wird gemacht. Was gibt's? Was gibt's? Immer der gleiche Spruch hier. So. Ja. Die löschen hier. Wollen wir denn noch freie, verfügbare? Hier ist noch einer. Ja. Der soll dann mal hier in die Richtung. Wird gemacht. Vorrücken. Der kann direkt hier mit löschen. Der kann auch direkt hier mit löschen. Den senden wir mal da hin. In Ordnung. So. Alles verwüstet. Alles kaputt hier. Gott, oh Gott. Wird gemacht. Jawohl. Höre. Zu Befehl. Bin bereit. Gucken wir mal, wen die noch so mitnehmen können. Hier den. Kann der da hin. 207 zu, ah, nee, wir sind, wir sind nicht schnell genug. Es ist einfach so, wir sind nicht schnell genug. Das Opfer bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Aber es kommen immer mehr Einsatzkräfte. Also, wir sollten relativ zügig dann tatsächlich auch Herr der Lage sein. Hier ist noch ein ungenutztes TLF. Das könnt ihr hier hin. Gut, dass wir oben alle Brände fertig haben. So, 228 von 272. Der Typ, der bewegt sich auch hier hin. Gut. Die löschen fleißig. Was ist mit dem hier? Kann ja wohl mitlöschen hier. Unglaublich. Pause machen hier. Bei einer Katastrophe erstmal dick Pause machen und erstmal Salamibrot rausholen. Man kennt ihn. Ich bin bereit. Okay. Boah. Müssen wir mal in die Kommentare schreiben. Hättet ihr gedacht, dass es klappt? Ich hätte es am Anfang ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich dachte, es wird wieder ein Fehlversuch. Und danach kommt, glaube ich, noch ein Einsatz. Das ist dann das große Finale und dann war es das auch. Wir haben hier noch einen Intensivtransportwagen. Den holen wir mal hier hin. Wo ist hier eigentlich der... Wo sind hier die Feuerwehrleute? Hier ist einer. Bin bereit. In Ordnung. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwo welche auffindbar sind. ... Hm. Höre. Zu Befehl. Höre. Zu Befehl. Bin bereit. So, zack. Der nimmt den hier mit. Der nimmt den hier mit. Und der nimmt den hier mit. So, dann können wir den hier auch schon mal runterschicken an die Front. Oh Mann. Dann haben wir das jetzt tatsächlich. Also hier ist ja schon mal alles gut. Die können mal zum Headquarter fahren. Dann sind die auch schon mal aus der Gefahrenzone raus. Hier müssen noch weitere Personen reingebracht werden. Und hier ist irgendwo noch eine Person. Wo ist sie denn? Hier. Dann sind wir hier gleich auch schon fertig. Ah, die können den auch natürlich schon reinbringen. Okay. So, sind hier irgendwelche drin? Nee. Guck mal. Okay, man kann gar nicht mehr weiter rauszuholen. Egal. Hier wird immer noch fleißig gelöscht. Der macht wieder nicht mit. Danke dafür. Ein bisschen mehr Selbstständigkeit. Wäre manchmal gar nicht so schlecht. Gucken wir mal, wo der noch mitlöschen könnte. Hier. Und dann können wir da auch noch direkt ein TLF hinschicken. Wo stand's? Hier. Denn der Bereich ist jetzt auch schon komplett fertig. Dann könnte man nämlich hier noch ansetzen. 253. Okay. Jetzt sind wir tatsächlich schneller als die neuen Brände. Das ist gut. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Hier sind noch relativ viele. Brägt man noch mal ein paar an TLFs oder so. Okay. Zack. Heiner mit. Und wir müssen noch 10 Leute mit dem Sanitätertrieb abtransportieren. Der soll auch hier rein. Dann ist das auch schon voll. Das Fahrzeug. Hm. Boah. Alles zerstört. Oh wei, oh wei, oh wei. Der noch. Der hier kann auch noch mithelfen. Für die letzten Brände hier. Okay. Was ist mit dem hier? Ah, der kann auch noch mithelfen. Wird gemacht. So, hier bräuchten wir noch irgendwie einen RTW. Weil die gaben wir gleich alle nochmal auf. Also können wir jetzt auch machen. Wohl, ne. Wir holen jetzt erstmal. Was geht's? Gucken wir uns erstmal hier. Ah, die kommen. Die kommen, die kommen, die kommen. Dann werden wir mal einen Verletzten nach dem anderen mit dem RTW abtransportieren. Zu Befehl. Erwarte Befehle. Ah, es geht doch, es breitet sich doch wieder aus. Also, ah, das liegt auch darin, dass hier natürlich viele jetzt gerade nichts zu tun haben. Viele Fahrzeuge. Erwarte Befehle. Die können den hier reinbringen. Alles klar. Hier sind auf jeden Fall schon... Ah, hier ist auch noch viel zu tun. Jawohl. Bin bereit. Okay. Wir können auch nochmal mit der Hand mitlöschen. Es nimmt wirklich kein Ende hier. Also, wir sind... Wir kommen ungefähr nach, aber dadurch, dass es immer wieder neue Wohngebiete erreicht, das Feuer, es ist wirklich schwierig. Also, der fordert schon, dieser Einsatz. Wir holen den Rüstwagen mal hier hin. Dann können die sich schneller bedienen, ja. Was gibt's? Bin dabei. Was gibt's? Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Okay. Niemand drin. Ähm... Wo waren denn... Hier waren die Verletzten, ne? Was geht's? Zu Befehl. Wird erledigt. Höre. Er kann wieder rein. Dann nehmen die den... Wird gemacht. Höre. Höre. Verstanden. Okay. 265 von 293 Bränden. Oh, ich glaube, ich hatte noch nie so viele Brände in Emergency. Obwohl, ich glaube, in Emergency 5 hatte ich auch mal so eine Ultra-Katastrophe. Aber war schon katastrophal. Aber das ist ja auch so ein bisschen der Reiz von Emergency, dass hier ultra-unrealistische... Szenarien passieren. Ist in Arbeit. Ah, die können auch schon rüber. Was geht's? Ja? Können die hier schon mit löschen. In Ordnung. An der Stelle. Was gibt's? Verstanden. So. Hier sind auch alle schon ihre... Bin bereit. Erwarte Befehle. Ja. Ist auch keiner mehr drin. Bin bereit. Mh... So, Leute. Bald haben wir es hier. Bald haben wir es hier. Bald haben wir es hier. Es ist wirklich nur noch da oben. Diese Krise. Erwarte Befehle. Hier müssen noch Brände sein. Ja. Dann löschen die mal da mit. Und hier ist noch... Steht noch einer. Was macht der da? Wo steht er denn? Hm. Sehe ich jetzt gerade nicht. Egal. Und hier bräuchten wir auch noch ein RTW. Und dann haben wir, glaube ich, auch alle mit dem RTW abtransportiert. Und dann müssen wir tatsächlich nur noch die Brände machen. Und dann haben wir alles. Wobei sich das ja leichter sagt, als es tatsächlich ist. Okay. Was gibt's? Wird erledigt. Ja. Erwarte Befehle. Bin bereit. Sofort. So, das ist quasi jetzt so der letzte große Schlag gegen das Feuer. Und dann haben wir es gleich. Können Countern machen. Noch zwölf Brände. Elf. Hm. Bin bereit. Jawohl. Wird erledigt. Na. Sogar nur noch. Sieben. Sechs. Fünf. Guck nicht die ganze Zeit drauf. Deswegen bin ich ein bisschen versetzt. So, komm. Jetzt alle noch mal hier ran. Ran in den Speck. Arbeit. Vier. Bin bereit. Wird gemacht. Sogar nur noch einer jetzt hier. Höre. Bin dabei. Alle verfügbaren Einsatzkräfte zum einen Haus. Ja. Okay. Ah, wir müssen noch einen Opfer abtransportieren. Das ist das hier. Müssen wir nur noch einmal aussteigen lassen. Zack. Sofort. Bin bereit. Okay. Können wir vorspulen sogar. Bin bereit. Jawohl. Okay. Gut. Dann haben wir es jetzt. Endlich. Muss man sagen. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. So soll es sein. Also. Wie es weiter geht. Würde ich sagen. Seht ihr in der nächsten Folge. Wir warten gerade noch mal kurz den Endscreen ab. Hervorragend. Hervorragend. Ja. Leute. Natürlich haben wir das. Vielen Dank euch fürs Zuschauen bei dieser mega langen Folge. In den nächsten Folgen passiert mir das nicht. Bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss und danke euch fürs Zuschauen.